Am 11. September 2001 gab es einen großen Terroranschlag in den USA. Dabei sind fast 3000 Menschen getötet worden. Genau vier Monate später, am 11. Januar 2002, errichteten die USA das Gefangenenlager Guantanamo, auf einem Militärgelände auf Kuba. Insgesamt haben die USA dort fast 800 Männer und auch Jugendliche gefangen gehalten, die sie als Terroristen ansahen. An dem Lager Guantanamo gibt es heftige Kritik. Dabei geht es darum, wie die Männer in dem Lager behandelt wurden. Es gibt Berichte, dass einige Gefangene gefoltert wurden. Etwa damit sie geheime Informationen preisgeben. Außerdem wurden und werden viele Gefangene in Guantanamo festgehalten, ohne dass sie die Chance hatten, sich in einem Gerichtsprozess zu verteidigen. Und auch ohne, dass es gegen sie feste Beweise gibt, dass sie tatsächlich Terroristen sind. All das verstößt gegen superwichtige Rechte, die jedem Menschen zustehen. Selbst Terroristen, die etwas Schreckliches getan haben. Deshalb fordern unter anderem einige Menschenrechtsorganisationen, dass Guantanamo geschlossen werden soll und dass die übrigen Gefangenen einen fairen Gerichtsprozess bekommen.